Ich habe eine Krankheit gefunden, die niemand vorher entdeckt hat. Der Herzstillstand ist vielleicht die Todesart, aber nicht die Todesursache. Sie führen Krieg gegen eines der größten Unternehmen der Welt. Was im Moment geschieht, was die gerade mit ihnen machen, das ist noch gar nichts. Omalu ist damit an die Presse gegangen. Die NFL weiß seit Jahren von den Schädel-Hirntraumaten. Sagen Sie die Wahrheit! Sagen Sie die Wahrheit!